I say she's a gold digger. Ich wollte direkt loslegen mit einer Story, Arja du weißt nämlich noch gar nichts davon. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video auf YouTube angezeigt bekommen. Also es war ein Reaction-Video auf Grind. Mein Song. Okay. Von Rezo und Julian Bam. Mhm. Habe raufgeklickt und das Feedback war nicht positiv. Ich weiß, welches Video, glaube ich, du meinst. Echt? Kennst du das Video? Ja, ja. Okay. Erstmal vorweg. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute meine Musik nicht cool finden. So. Ist völlig okay. Aber die haben so angefangen so, weiß ich nicht, irgendwie zu haten. Haben einfach so gesagt, nee, das ist voll die Scheißmusik und sowas hörst du. Und, keine Ahnung, Ju hat es random als unangenehm bezeichnet und so. Und ich fand das ein bisschen weird, weil, also ich kenne Rezo nicht persönlich, aber Ju kenne ich persönlich. Und wir sind eigentlich befreundet so. Ja. Und ich war dann voll überrascht. und ich hatte dann seit dem Punkt, ehrlich gesagt, gedacht, ah, okay, hat der vielleicht ein Problem mit mir oder so? Ich weiß nicht genau. Aber dieses Video für Kontext, das war nur so ein Zusammenschnitt davon. Und das war von einem Live auf Twitch, glaube ich, den die gemacht hatten. Scheinbar hatten die auf Twitch darauf reagiert. Und es gab kein offizielles Video dazu. Also nicht auf deren Kanälen, sondern das war einfach nur dieser kleine Ausschnitt. Und deswegen hatte ich nicht den gesamten Kontext, aber ich fand es halt trotzdem voll seltsam irgendwie und hatte aber dann auch nichts gesagt. Und dann haben wir neulich eine Anfrage bekommen für diesen Podcast. Ja. Ich kann noch nicht drüber reden, aber es hat was mit Julian Bam zu tun. Ja. Und ich war dann so, eigentlich müsste ich dann vorher mal mit Ju darüber reden, weil ich kam mir dann auch ein bisschen komisch vor, mich überhaupt bei ihm zu melden. Weil, ähm, ich wollte auch nicht rüberkommen wie jemand, der so es nicht abkann, wenn er kritisiert wird oder so. Aber ja, ich hab ihm dann einfach geschrieben, jo Mann, ähm, ist eigentlich alles cool zwischen uns so. Hab ihm auch das Video geschickt so und war so, ey, ähm, vielleicht können wir mal dazu telefonieren oder sowas. Und dann hat er sich zurückgemeldet mit so mehreren Sprachnachrichten und war so, Digga, das ist so, das ist nicht echt. Das hat irgendjemand zusammengeschnitten und so. Äh, er war richtig so, Digga, äh, nein, nein, versteh nicht. Ich hab größeren Respekt vor dir. Ich versteh überhaupt nicht, was da abgeht. Er meinte so, Rezo ist auch gerade hier. Warte, ich zeig's ihm mal. Digga, er versteht gar nicht, was abgeht. Ich hab das auch irgendwann gesehen gehabt und dachte ganz kurz so, hm, und dann hab ich aber recht schnell gecheckt. Okay, du hast schon gecheckt vorher. Das Ding ist, ich fand's sehr komisch und hab auch schon drüber nachgedacht. Aber, weiß ich nicht, es wirkt ein bisschen echt, ich weiß nicht. Und ich hab dann auch nochmal mit ihm telefoniert und auch nochmal so drüber gesprochen. Er meinte auch so, ey, zum Glück hast du mir das geschrieben, weil ich hab das vielleicht nie gesehen und dann auf ewig hättest du was gedacht. Und das Ding ist, guck mal, ich hab dieses Video gesehen und ich glaub ein paar Tage danach oder so, hatte mir Rezo random geschrieben, hey yo man, ich hab einen neuen Merch drop, willst du davon was haben? Und für mich war das richtig so, er disst mich irgendwie halb. Aber willst du meinen Merch? Willst du meinen Merch tragen? Und ich hatte dann auch nicht drauf geantwortet damals, weil ich gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Und jetzt im Nachhinein tut's mir voll leid, man. Das war richtig kacke von mir. So, ey, Rezo, falls du das siehst, tut mir leid, man. Wir reden öfter immer mal darüber, so wie gefährlich Fake News und so Sachen sind und dass das so eine globalen Themen irgendwie auch beeinflussen kann. Aber das hat ja quasi eigentlich nur eine Beziehung zwischen zwei Leuten oder zwischen drei Leuten. Meine, ich sag mal, Beziehung zu Julian Bam ist so ein bisschen, ich wollt grad sagen, ist ein bisschen inniger. Aber so, wir kennen ihn halt voll lange und so, wie gesagt, sind halt befreundet und so. Deswegen war das für mich im Gegensatz zu, was Rezo sagt, nochmal ein bisschen anders. Anders einfach irgendwie. Und ja, voll krass, wie einfach jemand, der sich hinsetzt und so irgendwas schneidet. Ich weiß halt auch nicht, was die Mission von dieser Person ist. Vielleicht scheinbar, vielleicht genau das. Lass uns Chaos anstiften. Vielleicht genau das, ja. Dass so einfach Leute irgendwas glauben, was nicht echt ist. Ja, Mann, auf jeden Fall, ich wollt mich auch nochmal bei Ju entschuldigen, dass ich so davon ausgegangen bin, dass ich kam mir dann auch ein bisschen Kacke vor, dass ich das überhaupt gedacht hab. Also, Ju, wenn du willst, lass gerne mal chillen. Komm mit dem Podcast vorbei, wenn du willst. Können quatschen. Würde mich freuen, wenn man sich mal wieder sieht. Weil wir haben uns auch voll lange nicht gesehen. Wir wohnen ja in einer anderen Stadt. Ja, wir haben eine Frage relativ häufig, oder ich zumindest, DM bekommen. Ich denke mal, du auch, weil da oft stand, ich hab das dir und Aria geschickt. Scheinbar ist das so eine virale Frage, die grad rumgeht und alle wollen so unsere Meinung dazu hören, weil wir Sachen immer tot diskutieren. Ich sag gleich nochmal was dazu, aber scheinbar kommt das halt aus dem Englischen, aber ich hab's quasi ins Deutsche übersetzt. Und zwar, gibt es auf der Welt mehr Räder oder mehr Türen? Ist das eine Frank-Frage oder irgendwie sowas? Das ist keine Frank-Frage. Scheinbar ist das Internet richtig gespalten darüber. Ach so. Ach so wie wir immer so, der ist berühmter, so Michael Jackson oder Obama oder Ja, ja. Und so Leute sind sich einfach überhaupt nicht einig. Kommt wahrscheinlich leicht auf die Definition, die Auslegung der Definition an. Von Rädern und von Türen, ne? Ja, aber ich würde sagen, Räder. Also weil erstens, sobald du Zahnräder noch mitnimmst, Schiisch. Ja? Also jede Uhr hat auf einmal so Haha! Ich supplye 10.000 Häuser mit meiner Uhr. True. Aber jedes Auto vier direkt. Die meisten Autos haben dann auch Türen. Das heißt so, der Hauptort, wo Räder existieren, hat meistens auch noch Türen mit dabei. Aber hat meistens weniger Türen als Reifen. True. Aber das ist nur Nee, nicht unbedingt. Ist ein Kofferraum eine Tür? Genau, das ist halt auch das Ding. Wo definiert man das? Türen. Und ich finde, was das Problem auch noch ist, das ist jetzt die Frage auf Deutsch gestellt, aber auf Englisch ist es eigentlich more wheels oder more doors. Was wiederum das andere Ding ist, weil ich glaube, ich bin sogar Team Doors tatsächlich. Eine Frage hat es geschafft, viral zu gehen und dann ist es das? Ja. Mann, Alter. Menschen sind schon echt Film. Du bist Team Door? Ja, ich glaube. Weil zum Beispiel muss man überlegen, wenn du dir mal so ein Hochhaus anguckst, wie viele Türen da drin sind. Oh, stimmt. Es gibt ja wiederum so Hochhäuser. Und nicht nur das, in jedem Haus. Also es gibt ja so viele Türen. Genau, wo halt zum Beispiel die Frage ist, es gibt wahrscheinlich Unterschiede zwischen, das wollte ich vorhin schon sagen, zwischen Englisch und Deutsch, weil zum Beispiel, was zählt man? Eine Hundeklappe? Das ist eine Tür. Nicht so richtig. Aber auf Englisch heißt es Dog Door. Das ist ja dann doch wieder eine Tür. Was ich meine? Das heißt, da gibt es dann auch so gewisse... Je nachdem, wie der Name in der jeweiligen Sprache. Ja. Das ist krass. Dann ist auch die Frage, eine kleine Tür, wie so ein Türchen. Ist das auch eine Tür? Wenn ja, dann beispielsweise in einem Adventskalender gibt es richtig viele Türchen. Sind es auch Türen? Dann auch Räder, wie du meintest, zählen Zahnräder, zählen Räder auf so Spielzeugen. Spielzeugen. So Lego, hat ja wahrscheinlich richtig viele Räder am Start. Mhm. Und wir reden vom 21. Jahrhundert? Wir reden von heute, ja. Wir reden von heute. Das heißt, morgen können wir nicht mehr... Nee, morgen geht nicht mehr. Okay. Das Ding ist halt, ein Rad ist so die krasseste Erfindung der Menschen aller Zeiten. Aber eine Tür ist auch nicht ohne. Eine Tür ist... Nicht ohne, aber das war eher so, ich will nicht, dass der Typ sieht, wie ich meine Frau in meiner Hütte bänge. Das ist nicht die Haupterfindung für Türen gewesen. Und dann kam so, hm, was ist, wenn ich das zumache? Ich glaube, Türen wurden vor Räder erfunden. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Denkst du? Na klar. Eine Hütte aus Stöckern hat auch eine Tür. Also ich habe sehr viele Hütten gesehen, die einfach keine Türen hatten. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt halt auch... Aber es gibt halt auch... Es gibt halt auch welche, die Türen haben. Also sobald du ja irgendwie sowas davor hast, was du so auf und zu machen kannst. Aber warte, warte, warte. Ist nicht... Eine Tür muss schon irgendwie... Also es muss jetzt nicht so eine... Von Obi so eine Scharniere haben. Aber es sollte schon mit dem Mechanismus irgendwie... Ob jetzt nach oben oder seitlich, dass es irgendwo dran fest ist und dann so, oder? Sonst nicht. Weil jetzt so ein Deckel, den du da vorlegst, das ist doch dann keine Tür, oder? Also beispielsweise... Ist dann jetzt so ein Gully auch eine Tür? Nee, glaub nicht. Aber wenn du eine Hütte hast, sagen wir mal aus so einer Blechhütte, so eine kleine. Ja. Oder eine Holzhütte oder so. Und du stellst jetzt so ein Stück Rinde dahin, so ein großes Stück oder ein Stück Holz, damit einfach der Wind nicht reinkommt. Und dann machst du es hin und her, um rein und raus zu kommen. Und wenn wir jetzt zurückkommen, würde ich nicht sagen, Jay, kannst du die Tür kurz aufmachen? Nee, aber... Ich würde sagen, kannst du dieses Ding da wegtragen? Aber würdest du nicht sagen, verdammt, ich muss unbedingt hier eine Tür hinstellen? Was hast du gesagt? Dann würdest du nicht sagen so, verdammt, meine Hütte braucht eine Tür. Ob ich sage, dass meine Hütte eine Tür braucht oder ob das eine Tür ist, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nein, du machst es hin, okay, aber jetzt habe ich wenigstens eine Tür. Ich glaube, ist alles eine Frage der Perspektive so ein bisschen. Das ruft Juan. Das Ding ist, was man für sich denkt, ist auch nochmal eine andere Sache, als was man, wenn man mit Leuten redet und kommuniziert, weil da geht es, für dich, du weißt so selber, was du weißt. Weißt du, was ich meine? Kennst du das, wenn du so etwas träumst? Du kennst die Welt ganz genau aus deinem Traum, aber du kannst es voll schlecht irgendwem erklären, wie die Welt aussieht, was genau da alles passiert. Und so, ich denke mal, das ist ein bisschen wichtiger, was wir jetzt miteinander reden würden. Und würde ich jetzt sagen, machst du die Tür auf? Klar, könnte auch irgendwer sagen, aber ich würde das eher nicht als Tür bezeichnen, ich würde eher sagen so, kannst du die Platte weg? Verstehe. Weglegen. Aber wie gesagt, dann ist zum Beispiel auch dieses Sprachending voll wichtig, weil du meinst ja, vorhin zählt man Zahnräder, aber auf Englisch heißt es nicht. Zahnräder? Das heißt Gear. Ja. Das heißt, da sind die raus. Aber warte mal, wenn du jetzt diese Platte von Tür abnimmst, ja, was ist dann die Tür? Da, wo man durchgeht oder die Platte? Ich würde sagen, die Platte. Ja, ne? Eigentlich schon. Weil ohne das ist ja nicht so. Dann ist es nun durchgegangen. Kommen sie durch die Tür herein? Du würdest einfach nur sagen, kommen sie herein. Wahrscheinlich. Ja. Bevor wir weitermachen, denkst du, es gibt irgendeine Möglichkeit, dass, denkst du, es gibt so eine Bestandsaufnahme von allen Türen und Rädern und dann müssen nur alle Staatschefen der verschiedenen Länder miteinander kooperieren, um diese eine Zahl herauszufinden? Ich denke schon, dass das unwahrscheinlich ist. Geraten manche Sachen einfach außer Kontrolle und keiner weiß es mehr so? weißt du, was ich meine? Und deswegen geht auch diese Frage so viral. Eine letzte Frage, bevor wir weitermachen. Ja. Denkst du, diese Viralität dieser Frage hat irgendeine Auswirkung auf den Aktienmarkt von Türen und Rädern? Auf Türen und Rädern in Enterprises? Oder meinst du, Türen? Ich meine Türen, Enterprises und Türen und Rädern. Also wenn es diese gibt, dann bestimmt. Weil sind jetzt so Türen und Räder nicht eventuell ein bisschen beliebter als vorher? Ich glaube, der Bedarf an Türen ist nicht höher gegangen. Also du kannst dir eine Tür dekorativ irgendwo hinstellen. Aber du kannst dir jederzeit noch so ein Rad holen. Rad mit Tee? Ein Rad, ja. Ich brauche deinen Rad. Nee, aber du kannst dir jederzeit ein Rad holen. Also ob du dir jetzt nur ein Rad holst oder ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Auto, Kutsche, kannst du jederzeit sagen, okay, ich hole mir jetzt noch extra Räder. Zwei bis vier Reifen, so Räder dazu. Ja. Und auch für so, ah, ich muss zum Winter. Ja, das ist natürlich auch richtig. Also jedes Fahrzeug hat auch meistens mehrere, also es sind nicht nur diese vier Räder, die es braucht, wohingegen eine Tür meistens länger hält als ein Rad. Wobei du auch beim Auto eigentlich ja nicht unbedingt das ganze Rad wechselst, sondern den Gummiüberzug, den Reifen. Ah, Reifen? Ich weiß jetzt nicht, Reifen ist eigentlich nicht Rad, sondern eigentlich ist die Felge. Nee, aber das ist nur die Felge. Ich glaube, nur eine Felge im Zusammenschluss mit dem Reifen würde man als Rad bezeichnen. Nee, ich glaube, die Felge allein wäre schon auch ein Rad, oder? Weil die könnte ja, auch wenn dein Auto so ganz schnell kaputt geht, du könntest das ja, wenn es tiefgelegen genug wäre, es ist ja trotzdem rund und stabil. Ja. Könntest du ja dann trotzdem... Ist alles, was rund und stabil ist, automatisch ein Rad? Was ist ein Rad? Wir unterbrechen diesen Podcast für eine kurze Werbeunterbrechung. Unser heutiger Sponsor lautet Emma Matratze und die waren so nett und haben uns jeweils eine Federkernmatratze und ein Flauschkissen zugesendet. Also ich habe jetzt ein schlechteres Verhältnis mit anderen Matratzen. Oh. Die anderen ruft mich nicht mehr an. Erstmal. So weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt erstmal mit Emma. Es ist einfach die perfekte Mischung aus Matratze, wo du nicht einfach so einsinkst, aber es ist weich. Es ist, als würdest du auf einem Stück widerstandsfähige Wolke liegen. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Ganze etwas wissenschaftlicher auszudrücken, dann würde ich sagen, dass die Emma Matratze einen hochentwickelten, adaptiven Viskoseschaum mit Memory-Effekt für optimale Druckentlastung hat. Da bist du jetzt selber drauf gekommen. Das hört man doch, oder nicht? Nein, das ist Fact. Ja. Und ein sehr interessanter Fakt. Im Matratzentest 2021 der Stiftung Warentest ist die 1,40 cm breite Emma One Federkernmatratze, welche produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic Ausgabe Oktober 2021 ist, die beste Federkernmatratze im Test. Mit einer Gesamtbewertung von 1,8 ist sie damit aktueller Tagessieger. Wow, wow, wow. Und falls ihr jetzt Bock bekommen habt, wie ein Baby zu schlafen, dann könnt ihr euch jetzt auf der Website emma-matratze.de slash jayunaria eine Matratze, ein Flauschkissen, aber auch Topper oder Betten bestellen. Dazu gibt es kostenlosen Versand und Abholung inklusive. Ihr könnt die ersten 100 Nächte risikofrei Probe schlafen und ihr habt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Und mit dem Rabattcode jayunaria erhaltet ihr 5% Rabatt zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Website. Gutes Schlafen, gutes Aufstehen. Und nun geht's weiter mit dem Podcast. Was ist ein Rad? Also ich hätte jetzt gesagt, ein Rad ist ein kreisartiges Konstrukt mit einer Art Speicheln in der Mitte, sodass... Speicheln? Speicheln? Speiche, meinst du, glaube ich? Speiche heißt das? Ich glaube, Speiche ist das, was ich im Mund habe. Oh, okay, dann sollte ich keine Fahrräder kaufen. Hier, bitteschön. Ich will das nicht mehr. Ein mehr oder weniger perfekter Kreis oder ein rundes Geflecht? Irgendwas? Was hast du zu sagen? Gebilde, Gebäude? Nein, nicht Gebäude. Natürlich nicht. Gebilde? Gibt's sowas? Ja, das gibt's. Ja? Sagen das nur gebildete Leute? Bild dir darauf nichts ein. Okay, okay, weiter geht's. Und das hat dann irgendeine Art Speicheln, um nicht einfach quasi zusammenzuklappen, um so ein bisschen Glas tragen zu können. Und der Sinn davon ist, eine schnellere Transportation oder eine leichtere Transportation von Gütern. Und die Definition einer Tür? Und die Definition einer Tür, weil jetzt haben wir aber richtig rausgeholt mit Rat und gesagt, so in Benutzung. wenn wir dasselbe auf Türen anwenden würden? Nee, warte, nee, du hast ja nicht gesagt in Benutzung. Du hast gesagt, wenn es eine Speiche hat und den Sinn hat, das zu machen. Ein auf, es gibt dieses Rad, das wurde noch nicht verbaut in seine Enddestination. Aber es ist trotzdem ein Rad. Aber es ist trotzdem ein Rad. Und alle Türen, die gebaut werden und noch nicht installiert wurden, gehören auch zum Bestand der Türen. Aber ich weiß nicht mal, ob das die Frage einfacher machen würde, wenn man sagen würde, nur Türen und Räder in Benutzung. Was ist denn Benutzung? Wenn du so ein Bauhaus gehst und da sind so 50 Türen ausgestellt, ist ja auch irgendwie Benutzung. Ja. Aber nicht wirklich. Nee, also quasi die installiert wurden. In real life situations. Aber ja, das ist halt auch die Frage, ist ein Tor eine Tür, weil es zu groß ist? Der Donnergott? Nee, nicht mehr. Ein Tor, ein Tor. Oder eine Luke, ist das so was anderes dann? Ich glaube, ich habe das früher sowieso, das hat mich so verwirrt, so Tür, Tor. Und dann gab es noch so Fußball, Tor. Das ist aber keine Tür. Ich weiß. Also, aber okay, warte, was machen wir jetzt? Machen wir in real life Benutzung? In real life Benutzung? Oder? Also, wenn es uns hilft, die Frage zu beantworten, meinetwegen. Aber ansonsten können wir auch. Weil Bauhäuser haben echt viele Türen. Aber. So in Ausstellungen, weißt du, was ich meine? Autohäuser haben. Haben sehr viele Reifen. Womit du ein bisschen rausgerissen hast, für mich, war Hochhäuser. Weil die haben scheiß viele Türen. Aber wenn ich jetzt allein mal so Plattenbauten, wenn ich jetzt mal manche von denen betrachte, wie gewaltig groß, also hoch die erstmal sind, dann geht es aber auch irgendwie, manchmal ist das so eine ganze Stadt innerhalb von einem Gebäude. Das geht so da lang, da lang, da lang. Und jede Wohnung hat eine Eingangstür. Dann je nachdem, wie viele Räume, gibt es da nochmal fünf bis sechs, sieben Türen. Ja. Aber zum Beispiel, ihr als Familie, so, du mit deiner ganzen Familie zusammen, habt ihr mehr Türen in eurem Besitz oder mehr Räder? Okay. Lass mich kurz rechnen. Fenster sind keine Türen, ne? Nee. Das sind ja Fenster. Was ist mit einer Balkontür? Ist das ein Fenster oder eine Tür? Das ist eine Tür. Okay. Wenn man so durchgeht. Und es heißt auch so. Ich würde sagen, wenn es so genannt wird, ich glaube, das ist eher der Faktor. Okay. Wenn eine Raumöffnung mit zwei Türen geöffnet werden kann, ist das eine Tür? Nee, es sind zwei. Okay. Also, wir besitzen 29 Türen. Ja. und so, Räder besitzen wir. Summon hat vier Räder. Summon hat eine Platte mit vier Rädern unter seinen Tisch gestellt, damit der es easy bewegen kann. Du hast recht. Ja. Wir haben da auch neulich mal gechillt und so, haben so gesippt und was auch immer und waren so noch ein paar Freunde da und, ähm, der Tisch war einfach voll und weil er es, weil er seinen Tisch auf diese verdammte Platte gestellt hat, ich hab mich nur irgendwann so beim Lachen und Reden so haha, so draufgelehnt und einfach alles einmal umgekippt auf den Boden. Ja. Aber diese vier Räder gibt's. Ja. Deswegen erinnere ich mich auch an die. Ja. Habt ihr noch irgendwas wo in deinem Zimmer vielleicht? Irgendwas, was ich schieben müsste? Ja. Mein Stuhl? Mein Stuhl? Stimmt. Ah. Hat vier Räder. Schreibtischstühle. Da hast du recht. Das sind nochmal vier. Also sind wir bei 24 Rädern. Hast du eigentlich deine Schranktüren gezählt? Haben die Räder? Nein, aber die haben Türen. Aha. Also hast du von allen Schränken die Türen gezählt? Auch so in der Küche und so eine Sachen? Tschüss. Also davon hätten wir auf jeden Fall, scheiße, Saman hat glaube ich vier Schranktüren. Ja, stimmt. Auch in seinem Bad ist so Stuff bestimmt, oder? Na, das sind Schubladen. Aber Spiegel, geht der auf? Nee. Okay. Vier ins Samanszimmer, zwei in meinem Zimmer. Das ist voll langweilig für Leute, glaube ich, zu zuhören. Das addiert sich voll. Aber ich bin auch zum Beispiel beilegen, in Schiebetüren von euren Schränken. Da sind Räder. Da sind da so Räder drin, ne? Da müssen Räder drin sein. Deswegen, ich verstehe die Frage und die Aufregung. Ja, das wird langsam voll kompliziert. Ja, Mann. Ich glaube, wenn wir, ich glaube, je nach Definition, sind die Türen die ganz eindeutigen Gewinner. Weil, du hast dann plötzlich nochmal in jedem Haushalt Schränke und Kabinen. Und gerade Kabinen hast du oftmals nicht wenige. Ja. Schränke, je nachdem, wie viele Leute drin leben und was das für Schränke sind, kommen dann auch nochmal einige Türen dazu. Ja. Es sei denn, wir vergessen eine übersehene Quelle von Rädern. Also, ich sag mal so, oder industriell gesehen haben wir keine Ahnung, was da das Verhältnis zwischen Rädern und Türen ist. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es irgendwo so todesviele, also generell in Industrien müsste es eigentlich todesviele Räder geben, die eigentlich für alles sorgen. Und sehr viele Motoren funktionieren, ja, okay, das ist zwar Kreisbewegung, aber da ist nicht unbedingt ein Rad involviert. Aber Zahnräder. Ich glaube zumindest, je nachdem, wenn man Kinder hat und Spielzeug hat, kommen dann unter Umständen, also ein Lego-Set kann schon deinen kompletten Radbestand verändern. Ja, stimmt. Ich will mich nicht geschlagen geben, aber ich hab das Gefühl, das kann man gar nicht rausfinden. Flippen wir mal das Skript. Wofür schlägt dein Herz eher? Über welchen Sieg würdest du dich eher freuen? Bist du Team Tür oder bist du Team Rad? Also ich war vorhin Team Tür, aber ich rede nicht davon, was du denkst, was es ist, sondern was würde dich glücklicher machen, was würde dich mehr erfüllen? Also ich bin ja immer jemand, der so immer so für die Underdogs ist, weißt du? So, ich feiere das, wenn die Kleinen nochmal einen Sieg haben, so. Aber ich weiß nicht, ob da ein kleiner stattfindet. Das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, so Drake oder Kanye West gerade mehr relevant, so. Keine Ahnung. Ich verstehe. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich glaube trotzdem, Türen. Ja? Aber Räder sind, glaube ich, die revolutionärere. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ohne Türen würde gar nichts gehen, Mann. Türen würde so viel nicht gehen. Mehr Sachen als mit Rädern nicht, glaube ich. Nee, weil die Türen würden erst überhaupt gar nicht dort ankommen, wo sie sind, ohne Räder. Ja, aber die Räder hätten nichts zum Transportieren ohne Türen. Er sagt, so, dass es nur Türen zum Transportieren gibt. Nein, nein, nein. Du kannst immer noch ein ganzes Haus bauen ohne Türen. Nein, nein, nein. Aber es gäbe sehr viel zu transportieren. Ich meine, die meisten Dinge, nicht alle, aber die meisten Dinge, die transportiert werden, würden ohne Tür nicht transportiert werden. Also, klar, in der Kutsche ist theoretisch keine Tür. Es gibt auch so Motorräder und Fahrräder, aber... Tuk, Tuk. Tuk, Tuk. Aber so, stell dir mal vor, richtig viele Autofahrten ohne Türen, richtig viele Bahnfahrten ohne Türen, Flugzeug ohne Tür. Bro, sogar so, es kann sogar Güterzüge geben, die einfach quasi nur hinten so Behälter haben. Ohne Türen. Wo einfach alles so reingeschüttet wurde oder reingelegt wurde von oben. Ich weiß, aber ich habe ja nicht gesagt, dass es unmöglich ist. Ich habe ja gerade sogar voll viele, ich meine bloß, voll viel von dem würde man gar nicht antreten, diese Reisen. Was ich meine? Ja, ich denke immer noch. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Türen richtig viele Funktionen außerhalb von Transport haben. Aber die Türen würden halt da nicht ankommen, wo sie gebraucht werden. Weil wie bringst du die Tür halt dahin, wo du es willst, ohne die Räder? Ach so, okay, ich verstehe, was du meinst. Es gibt sehr viele Transportmittel ohne Räder. Trotzdem Brot beispielsweise. Ja, okay, aber dann baust du nur noch an Küsten. Die meisten Transportmittel funktionieren eigentlich nur mit Rädern. Ja. Außerhalb des Transporters gibt es halt für Türen auch noch richtig viele. Es gibt halt so, so Häuser unter Türen werden so richtig schlimm. Die wären schlimm, aber die wären existent. Die wären eher existent, als wenn es keine Räder gäbe. Zwischen Rad und Tür ist so Freiheit oder Privacy. Ja. Schnelligkeit oder Schutz. Uff. Das ist ein symbiotischer Kreis, wo ohne das eine kann das andere nicht lange überleben. Ja. Ich glaube, mein Herz tickt so ein bisschen mehr für Räder. Und meinst so ein bisschen mehr für Türen. Okay. Aber ich glaube, das beschreibt uns auch als Personen ganz gut. So, ich bin eher so auf Schutz und ich distanziere mich eher und du bist eher auf Freiheit und hoch hinaus. Jetzt haben wir es geschafft. Extrovertiert, introvertiert. Sieht ihr, Leute? Das ist der ganze Sinn hinter Türen oder Räder. Ja. Menschen näher zusammenbringen. Ist auch generell irgendwie ziemlich interessant, wie unsere Welt sich einfach dazu entschieden hat, so eine rechteckige zu werden. Weißt du, was ich meine? Du kannst so voll viel mit geraden Linien einfach darstellen so. Ja. Ich habe neulich irgendwie so eine Zeichnung gesehen. Da hat jemand einfach mit einem Lineal angefangen, Striche zu ziehen. Und es waren immer nur gerade Striche. Und irgendwann war es auf einmal halt so ein richtig detailliertes Haus. Ja. Und dann war ich so der Meister. Wir haben irgendwie, sind irgendwann aufgewacht und haben uns entschieden, diese Welt wird richtig kantig und gerade. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Und so sehr, dass du ganz lange nur mit geraden Linien zeichnen kannst und du bekommst so ein richtiges Bild raus. Aber tatsächlich, glaube ich, nur von Menschen geschaffene Dinge. Ja, ja, sag ich doch. Ich sagte, wir haben uns irgendwann entschieden, die Welt rechteckig zu machen und so geradlinig. Weil, so du könntest jetzt sagen, so ja, Bäume sind geradlinig irgendwo. Und gewisse Formen und Strukturen tauchen auch natürlich in der Natur auf, aber trotzdem bei weitem nicht so, wie es halt jetzt ist. Ja. Dann habe ich einfach irgendwie darüber nachgedacht, wäre irgendwie voll interessant gewesen, weil das hätte halt genauso kommen, rein theoretisch kommen können, nur, dass es halt höchstwahrscheinlich viel weniger praktisch ist, dass die Welt einfach so nicht gerade und kantig aufgebaut wurde. Weißt du, was ich meine? Dass man sich nicht entschieden hätte, Kabinen so sind einfach zack, 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 weißt du, so ganz viele Vierecke, die nebeneinander sind, sondern wir nehmen so ein, irgendwer hat einen Baum genommen, Teile, weiß ich nicht, davon irgendwie weggefräst. Und weißt du, so alles sieht dann individuell, komplett individuell aus. Ja, verstehe. Ist alles irgendwie so Einzelstücke, mehr oder weniger. Es hat so sehr viele Nachteile, so ich denke mal, das alles kommt durch, weil wir immer darauf hinausgestrebt haben, so effizient wie möglich zu sein. Und alleine, sobald du beim Transport anfängst, transportiert sich alles besser, was sich perfekt aufeinander stapeln lässt. und das sind Vierecke. Ich meine, allein dieses Glas hier, was auf dem Tisch steht, man hätte Probleme, wenn das so irgendwie schief wäre und keine Ahnung, würde halt nicht. Es hätte auch eine Schale sein können, so weißt du, was ich meine, so eine Kokosnussschale oder so, dass sich das eingebürgert hätte, dass wir damit trinken. Ja, hat das auch vielleicht was damit zu tun, wie Menschen in Anführungsstrichen Schönheit wahrnehmen? Ich habe ja oft gehört, das wissen wir ja auch aus der Fotografie und aus Film, dass vieles immer so symmetrisch sein soll und vieles immer an bestimmten Linien entlanglaufen muss, damit es ästhetisch irgendwie schön aussieht. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass es eher durch die Praxis in die Richtung gedrängt wurde und jetzt nicht unbedingt so auf Basis von Schönheit, weil das, was es alles gibt, das ist nicht alles das, was wir am schönsten finden und das sind nicht, bei weitem nicht die einzigen Methoden, um irgendwas Schönes darzustellen. Wir leben immer in so einer Welt, die von irgendwelchen Leuten einfach gemacht wurde. Wir könnten uns auch entscheiden, nur mit dem Unterschied, dass bereits schon sehr viel gemacht wurde, wir könnten uns auch entscheiden, irgendwelche Sachen einzuführen oder anders zu machen oder an dieser Welt zu verändern, wenn wir den Einfluss hätten und die, die bald geboren werden, kriegen das dann einfach. Die werden in eine Welt geboren, es ist einfach so und viele hinterfragen das auch gar nicht, denken sie, ja, so ist halt die Welt. Aber irgendwann war sie es nicht so und irgendwann haben irgendwelche Leute gesagt, hm, das sollten wir, denke ich, so machen und wir leben jetzt einfach so mit deren Regeln. Das ist eigentlich schon krass, ja. Weißt du, was ich meine? Irgendwelche Leute haben sich Gesetze ausgedacht, irgendwer hat gesagt, wäre besser, wenn wir Straßen hätten. Irgendwer hat gesagt, Autos? Und wir so, weißt du, ah, ich bin jetzt 16, ich will mein Auto haben, ich will meinen Führerschein, so, weißt du, was ich meine, so? So, das so, ey, das musst du auch, wenn ich 16 bin, so, hä, das gab's vorher nicht. Ja. Auch so, was mich auch immer manchmal, wenn ich drüber nachdenke, voll verwundert, so, Länder? Ja. Hahaha, ja. Was zur Hölle? Irgendwann war er einfach so, das ist meins. Hahaha. Das ist meins. Okay, und was damit? Na gut, dann machen wir da jetzt so einen Strich, so. Und was da vorne, ja, da geht's ein bisschen mehr bei mir rüber. Und da geht's ein bisschen mehr. Und jetzt ist es einfach so, hä, das ist Deutschland. Ja. Das ist Deutschland. Und will, du kommst hier in diesen, hast du keine Ahnung? Ja, Mann, das ist echt weird. Vor allem, diese Grenzen machen voll auf nicht mal irgendwie Sinn. Weißt du, was ich meine? So, Ja, meint er grad. So, es geht ja einfach so ein bisschen da drüben. So ein Betrunkener hat so. Da drüben geht's dann so voll weit in die Richtung und dann kommt's wieder zurück und so. Ja. Auch rein theoretisch, zum Beispiel, so, es gibt Computersprachen. Die haben sich irgendwelche Leute ausgedacht und jetzt Millionen von Programmierern lernen diese Sprachen und arbeiten damit. So, das ist jetzt, das ist jetzt das. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Könnte ja auch alles anders sein. Was ist, wenn zum Beispiel irgendwie Computer so auf eine ganz andere Basis erschaffen wäre, so auf Geruchsbasis. Keine Ahnung, weißt du nicht so. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst, so wenn das ursprüngliche Fundament einfach so ein ganz anderes gewesen wäre. So ganz anders. So wirklich so, nichts mit dem zu tun und dann, woher hat sich das hin entwickelt? Ja. Es gibt doch auch zum Beispiel in jeder Industrie, sagen wir mal die Filmindustrie als Beispiel, weil da kennen wir uns ziemlich gut aus. Die Technologie, die verwendet wurde, um Bilder festzuhalten, war die naheliegendste, weil die einfach die entdeckt haben. So, ah, so kann man das machen. Und das wurde dann später, wurde darauf aufgebaut, immer weiter und dann gab es irgendwann andere Wege, das zu machen. Oder nicht nur die Filmindustrie, in jeder Industrie, aber später, wo gab es dann Revolutionen, wo es dann plötzlich komplett alles umgeschmissen hat. Ja. Aber das war nicht mal aufgrund von dem, sondern einfach eine andere Methode, die funktioniert besser. Die hätte man doch auch zuerst entdecken können. Ja. Dann hätte es das gar nicht gegeben. Ja. Das heißt, was du gerade sagst, so vieles von dem, was es jetzt gibt, baut einfach auf alten Sachen auf, aber kann schon sein, dass es einen viel einfacheren Weg gibt, wenn wir nicht sehen hätten können. Okay, dann ist vielleicht sowieso die Frage, hätten wir überhaupt als Spezies uns so weit entwickeln können und so schlau werden können. Aber wenn das der Fall wäre und wir keine Displays hätten, so weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was für Erfindungen hätte es geben können? Und deswegen kam ich halt so auf die Idee mit Geruch, so was könnte so vielleicht irgendwie mit ... By the way, gibt es eine ziemlich interessante Serie genau dazu, die heißt Sea. Da geht es genau darum, das ist eine Sci-Fi-Serie auf Apple TV. Ja. wo die Menschheit hat einfach ihr Augenlicht verloren. Es spielt, glaube ich, in der Zukunft, aber es ist quasi eigentlich wie in alten Zeiten, weil vieles hat von dem, was du gerade meintest, hat nicht mehr funktioniert und sehen ist auch inzwischen voll die Legende, so was gibt es gar nicht mehr. Das ist so richtig wie so, oh, er kann sehen. Man hat davon gehört, dass früher scheinbar das mal ging, aber das ist so eine Superkraft eigentlich. Und so Leute können sich das gar nicht erklären, wie das wäre. Also, es können sich nicht vorstellen, also, und ohne zu viel zu spoilern, aber möglicherweise gibt es eine Person, die dann sehen kann plötzlich und das ist so richtig so wie eine Superkraft. Das ist so wie jetzt hier, könnte jemand, hätte noch einen sechsten Sinn, so, keine Ahnung, kann Gedanken lesen oder sowas Verrücktes. Ja. So, weil einfach, du kannst plötzlich, so, keine Ahnung, Kriege werden ganz anders geführt zum Beispiel, so aufgrund von Hören und so. Ja. Und wenn dann plötzlich jemand sehen kann, wenn plötzlich jemand sehen kann in einem Kampf, Ja. du bist plötzlich so der Heftigste. Ja. Die Aufmachung ist voll interessant, weil, weil die ganzen Sachen, die verwendet werden, wie Leute kommunizieren, wie sie sich kleiden, wie sie sich fortbewegen, wurde alles darauf getrimmt und es ist voll die interessante Welt, die die da gebaut haben. Also, ich finde es mega interessant, die Serie. Gibt es, glaube ich, zwei Staffeln bisher. Okay, habe ich echt Bock jetzt bekommen zu gucken. Ist cool. Teilweise manche interessante Fragen, die wir wahrscheinlich nie wissen werden. Ja. Ob es sowas wie so Lesen oder so gegeben, also gibt es ja, Braille. Aber so mit Hören oder Riechen. Ja, okay, mit Hören. Mit Hören. Sowas wie Lesen, nur zum Hören. Ne, aber dass quasi komplett Computertechnik darauf ausgelegt ist. Also gar nicht mit Screens, sondern vielleicht so. Vielleicht fühlen. Ja, vielleicht, dass diese, dass so Braille-Schrift sich daran die ganze Zeit bewegt. So, du swipest und plötzlich andere Zacken kommen raus oder so. Ja. Weiß ich nicht. So, bevor du in deine Haut reinschneidest. Ja, okay, nein, nein. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Die Frage ist dann halt auch echt, in welche Richtung würde sich diese Technologie entwickeln und wie fortgeschritten könnte sie sein? Aber ich meine, guck mal, auf diesem Display, wir sehen da drei Blickwinkel aus diesem Zimmer. Ja. Es ist so viel Information, die wir da rausgewinnen können, die, und so daneben gibt es noch so, oh, hier ist der Ausschlag. Wir wissen so, wie laut wir gerade reden. Aber. Was so Zeitangabe. Aber wie du gerade meintest, dieser Ausschlag ist ja eigentlich Ton. Das heißt, es wurde für uns visualisiert. Ja. Es wurde translated für einen anderen Sinn. Aber ich glaube, genauso müsste es theoretisch auch umgekehrt gehen. So, je lauter es ist, desto stärker riechst nach Schweiß. Boah, dreh mal wieder ein bisschen runter, Alter. Ich glaube, der Mix ist zu laut. Ja, aber vielleicht schon so. Je intensiver das riechst, desto größer ist etwas oder so. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen komisch stimmt. Ich glaube, ich glaube halt mit so, auf so einen Fühlcomputer oder so einen Riechcomputer, das ist das, was ich jetzt gerade denke, kann man halt irgendwie nicht so viel wiedergeben. Also, schon vieles, aber nicht bei Weitem so viel, wie wenn du noch dazu sehen kannst. Ja. Aber, ich meine, die ersten Computer waren ja auch ein bisschen wie das, was wir gerade gesagt haben. Das ist einfach so eine sehr simple, mit hier Lochkarten und was auch immer. Einfach so ein sehr simpler, nee, sehr komplizierter Mechanismus, aber im Vergleich zu jetzt sehr, sehr simpel und auch in der Einschränkung, was es kann. Das ist ja dann immer so die Basis. und darauf, über die Jahrzehnte, über die vergangene Zeit kommen immer wieder Anstrengungen, Notwendigkeiten, weißt du, so Engpässe, ah, ich muss, ah, scheiße, das ist voll kacke, wie lösen wir dieses Problem? Ja, total. Alleine, dass ein Computer entstanden ist, weil man so die Enigma im Zweiten Weltkrieg entschlüsseln musste. Ach so, ja, genau. Voll viele Erfindungen kommen aus der Not, so, weißt du. Das heißt, was hätte werden können, wenn basierend darauf über Not immer mehr Einfälle dazu gekommen wären? Interessant, wir hoffen einfach, dass wir es nie herausfinden. Wie? Na, dass es niemals zu C kommt. Ach so, nee, nee, bitte nicht. Ja, aber durch sowas gibt es immer Sachen, die interessant sich vorzustellen wären und das gibt immer Film- und Seriengründe. Immer diese Sachen, die man nicht erleben will, die lieber nicht passieren sollten, aber super interessant wären. Ja. Ist immer eine sehr gute Gegebenheit für Filme. Ja, das stimmt. Ja. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Entweder ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren oder ihr folgt uns auf den Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music. Folgt uns auch gerne auf Instagram at ariali, at jsamuels und ansonsten würden wir sagen, schließt eure Türen, fahrt auf euren Rädern, haut ihr brüßen, brüßen und goodnight San Francisco. Und goodnight San Francisco.